Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns die Breitensuche angucken. Die Breitensuche ist eine von zwei Möglichkeiten, wie man jeden Knoten in einem Graph in einer gewissen Reihenfolge einmal anfassen kann. Das bedeutet, ihr könnt euch das so vorstellen, wir wollen jetzt jeden Knoten tatsächlich einmal besuchen und genau einmal, nicht hundertmal, sondern einmal. Und das wollen wir aber so machen, dass jeder Knoten, den wir besuchen, vorher verbunden war mit dem, den wir besucht haben. Das heißt, wir gehen quasi der Reihe nach durch den Graphen durch und orten so ein bisschen auch den Graphen. Okay, also was wir dazu brauchen, ist, nun ja, ein bisschen komplexer. Wir nehmen jetzt hier mal ein vereinfachtes Haus des Nikolaus, damit wir nicht komplett jeden Knoten mit jedem verbunden haben, oder fast zumindest, sonst, naja, sonst seht ihr nicht wirklich viel, wie das Ding wirklich funktioniert. Und wir brauchen drei Listen. Und zwar einmal, oder Arrays von mir aus auch teilweise, einmal haben wir hier ein Array, das initial alles auf Null ist. Oder auf False, wenn ihr so wollt. Das ist ein Wahrheitsarray und das nennen wir Visited. Und dieses Visited Array speichert mir jeweils, ob ich diesen einzelnen Knoten schon besucht habe. Das heißt, ob ich da schon war und den Knoten schon verarbeitet habe. Das heißt, Knoten können natürlich zum Beispiel einzelne Aufgaben darstellen, die man der Reihe nach zum Beispiel erledigen muss. Oder Orte, die man anfahren muss und so weiter und so fort. Und dieses Visited besagt eben, ob ich da schon war und ob ich da vielleicht nochmal hin muss. So, die Queue, und das ist jetzt hier tatsächlich unsere Datenstruktur Queue, ja, das ist eine Queue, kein Stack. Die besagt mir, welche von diesen Knoten ich gerade noch angucken muss, damit ich mir sozusagen merken kann, was ich da noch angucken muss. Und die Ausgabe, die ist quasi einfach genau die Knoten, in welcher Reihe ich sie mir auch angeguckt habe. Also die Reihenfolge der Knoten, die ich mir angeguckt habe. So, und ja, hier auf der rechten Seite sehen wir unseren wunderschönen Graph mit den Namen der Knoten erstmal. Ich habe die jetzt einfach mal durchnummeriert, damit wir auch wissen, welchen wir wie angeguckt haben, damit die einfach auch Namen haben. Ihr könnt die nennen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch die Knoten A, B, C, D, E, F nennen, ja. Ja, das ist sogar teilweise häufiger als 0, 1, 2, 3, 4, aber in unserem Fall 0, 1, 2, 3, 4 kann man durchaus auch nehmen. Ihr könnt euch wirklich aussuchen, ihr könnt sie von mir aus auch römisch 0, 1, 2, 3, 4 nennen. Ihr müsst euch nur klar sein, was ihr da macht und vielleicht solltet ihr sie einheitlich nennen, wobei das auch nicht vorgeschrieben ist. Ihr könnt auch 0, A, 1, B und so weiter nehmen. Aber ja, ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen durcheinander, deswegen dachte ich mir 0, 1, 2, 3, 4 ist ganz angenehm, kann man durchaus so machen. Okay, so und jetzt fangen wir mit dem Algorithmus an, das heißt, wir gucken uns mal kurz an, welchen Knoten schauen wir uns als erstes an. Wir nehmen selbstverständlich die 0, ja. Die 0 ist unser Knoten, den wir uns als erstes angucken, das heißt, den Knoten haben wir dann offensichtlich auch besucht. Irgendwo müsst ihr anfangen, es ist völlig egal, wo ihr anfangen wollt, der Algorithmus funktioniert für jeden Knoten, also ihr könnt euch auch wirklich aussuchen, bei welchem Knoten ihr anfangt, aber wir nehmen jetzt einfach mal die 0, weil sie einfach als erstes dran ist, also 0 ist kleiner als 1, 2, 3, 4, deswegen nehmen wir den. Und genau, deswegen sagen wir hier auch in unserem Array, okay, diesen Knoten haben wir jetzt auch besucht, da steht quasi drin, wir haben diesen 0-Knoten besucht, weil 0 eben ganz oben steht. Und unsere Schlange, unsere Q, enthält die 0, also den Knoten 0, damit wir da was machen können. So, und unsere Aufgabe ist quasi hier, wir geben diesen Knoten aus, das ist alles, was wir mit diesem Knoten verarbeiten wollen, also wir wollen den Namen des Knotens ausgeben, wirklich sehr billig im Endeffekt. Und das nächste ist, wir fügen selbstverständlich auch noch für diesen Knoten alle Knoten ein, die mit diesem Knoten irgendwie verbunden sind. Das heißt, wir gehen die Kanten entlang und packen die beiden benachbarten Knoten in die Q rein. So, und dementsprechend sind die natürlich auch visited, ja. Das heißt, wir verarbeiten sozusagen den Knoten 0, indem wir ihn erst ausgeben und dann die Kanten entlang gehen, alle Kanten entlang gehen, die von diesem Knoten ausgehen. Und die Knoten, die wir da finden, die packen wir in die Q rein. Die müssen wir noch quasi bearbeiten. Da wir aber hier die Knoten bereits in der Q drin haben, können oder angeguckt haben, können wir die auf visited setzen. Das heißt, wir sagen hier, okay, die haben wir angeguckt, das ist jetzt in Ordnung für uns. Die brauchen wir also nicht noch ein zweites Mal angucken, damit wir eben zum Beispiel nicht aus Versehen von 1 auf 2 rüber gehen oder von 2 auf 1, weil den hatten wir ja schon, ja. So, wunderbar. Was wir jetzt also als nächstes machen, ist, wir verarbeiten Knoten 1. Das heißt, was machen wir, wenn wir den Knoten verarbeiten? Naja, wir geben ihn erst aus und dann gehen wir alle Kanten entlang, also alle drei Kanten, beziehungsweise eigentlich sogar alle vier Kanten und fügen die in die Q ein, die wir noch nicht bearbeitet haben. Ja, wunderbar. Dann machen wir das doch einfach mal. Das ist dann nämlich folgendes. Wir haben dann alle Knoten betrachtet und natürlich fügen wir nur 3 und 4 in unsere Q ein, denn 0 und 2 stehen ja schon drin. Das heißt, hier müssen wir nicht noch mal reingehen. Das ist übrigens jetzt hier ein ungerichteter Graph, deswegen nehmen wir einfach mal alle Richtungen an. Hier müssen wir nicht noch mal reingehen. Funktioniert selbstverständlich auch mit gerichteten Graphen genau gleich eigentlich. Und 0 und 2 müssen wir nicht noch mal in die Q eingeben, weil die haben wir in diesem Visited Array hier drüben schon auf 1 gesetzt. Das heißt, das müssen wir nicht machen. So, und ja, jetzt ist der Graph relativ klein, deswegen sind wir hier quasi schon fertig. Aber in unserer Q, also wir sehen, dass wir fertig sind, aber in unserer Q stehen trotzdem noch 2, 3 und 4 drin. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal zu Knoten 2 und schauen, welche Knoten sind denn von dem erreichbar. Aber wir geben natürlich auch noch aus. Und dann fügen wir die Knoten in die Q ein, die noch nicht gewisited sind, also hier noch nicht eine 1 drin haben in diesem Array. Die fügen wir dann auch noch ein. Das heißt, wir sagen hier, okay, die 0 wird eingefügt, die 1 und die 4, beziehungsweise nur, wenn sie eben noch nicht visited sind, was sie leider aber schon sind. Deswegen fügen wir nichts in die Q ein und geben einfach nur die 2 aus. Als nächstes schauen wir uns Knoten 3 an. Knoten 3, naja, geben wir natürlich aus. Und wir fügen 1 und 4 in die Q ein, sofern sie noch nicht visited sind. Aber sie sind natürlich auch schon visited. Das heißt, das müssen wir auch nicht machen. Und selbiges gilt natürlich für Knoten 4. Wir gucken, welchen Knoten fügen wir ein. Naja, 3, 1 und 2, weil da Kanten sind. Gucken nach, sind die visited. Ja, sind sie. Also fügen wir sie nicht in die Q ein und geben nur die 4 aus. Und dementsprechend sind wir fertig. So, für was braucht man jetzt dieses Monstrum eines Algorithmuses, den ich euch nicht mal so als Algorithmus präsentiert habe, den ihr selbst gerne formulieren dürft. Aber ja, das machen wir auch noch irgendwann. Naja, für was brauchen wir das? Das ist eigentlich relativ simpel und zwar, die Breitensuche ist einer der Algorithmen, die wirklich am häufigsten verwendet werden, wenn man mit Graphen arbeitet, weil es ein Grundalgorithmus sozusagen ist. Man baut darauf seinen Algorithmus meistens auf, weil man natürlich zum Beispiel jeden Knoten irgendwie verarbeiten möchte. Und wenn ihr ein P2P-Netzwerk habt, also zum Beispiel ein Torrent-Netzwerk, Bitcoin ist auch ein P2P-Netzwerk, alle P2P-Netzwerke brauchen natürlich Nachbarn. Alles, was mit Nachbarn irgendwie zu tun hat, ist Breitensuche, euer Freund. Denn ja, dieser Algorithmus findet natürlich alle Nachbarn und dann findet es die Nachbarn aller Nachbarn und dann findet es die Nachbarn aller Nachbarn aller Nachbarn. So, nach dem Motto geht das Ding vor. Auch Suchmaschinen arbeiten danach, also Suchmaschinen-Crawler, denn die indexieren ja nicht nur eure Startseite, also das heißt quasi zum Beispiel bei mir the-morpheus.de, gerne mal drauf gehen. Die gehen nicht nur auf diese Seite, sondern sie gehen auch auf alle Unterseiten. Das heißt, sie gucken, was ist denn eigentlich in meinem Dokument verlinkt und speichern sich das und gehen dann auf diese Seite. So was können wir gerne mal noch schreiben als kleine Praxisübung hier in dieser Tutorial-Reihe. Muss ich aber mal gucken, wir können ja nicht jeden Algorithmus schreiben, beziehungsweise wir könnten rein theoretisch, aber ich würde das dann einfach nachreichen sozusagen und nicht direkt jetzt schon aufnehmen, wenn wir diese Tutorial-Reihe gerade erst bauen so. Weil da, also zu Algorithmen quasi das ganze Leben besteht aus Algorithmen, okay, und man findet so viel, was man da machen kann und da werde ich oder würde ich nie ein Ende finden. Aber können wir gerne mal angehen. Auch Garbage Collection beim Coden, also zum Beispiel die Java Garbage Collection oder gut, C hat nicht wirklich eine Garbage Collection, aber verschiedene Sprachen haben eben eine Garbage Collection. Das heißt, Sachen, die ihr nicht mehr verwendet, das wird auch über eine Breitensuche geregelt und das ist relativ interessant. Auch Broadcasting in Netzwerken, also zum Beispiel, wenn ihr euch in Wi-Fi einloggen wollt, funktioniert über Breitensuche. Und das ist natürlich super geil, weil das auch irgendwie echt spannend ist, wo das Ganze angewendet wird und sehr, sehr vielfältig auch Anwendungen findet. Wie gesagt, das hier sind immer noch Grundalgorithmen. Wir sind immer noch nicht wirklich beim Profi-Teil angekommen, okay. Und dementsprechend, ja, muss ich euch natürlich immer noch so Sachen wie Grafen bzw. sowas um die Ohren werfen, was erstmal abstrakt wirkt, aber wirklich viele Anwendungen auch findet, die wir uns natürlich auch noch angucken werden. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.